Urlaub 2020 in Sillenstede in Friesland, das war im Gegensatz zu den ganzen Jahren zuvor, 2020 mehr Stress als Erholung. Wir hatten unsere Ferienwohnung bereits im Herbst 2019 gebucht und dann im Frühjahr 2020 gehofft und gebannt, dass der Lockdown enden möge und damit auch das Beherbergungsverbot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.